Okay, nachdem ich jetzt das dritte Mal nominiert wurde, komme ich wohl nicht mehr drum rum. Ich nehme es an und werde natürlich auch spenden. Meinen Spendennachweis werde ich unten in die Kommentare abfotografieren und euch da posten. Und jetzt geht es um meine Nominierung. Ich nominiere darum Laura Oswald und die liebe Linda. Also, los geht's. Willst du go right? Ja. Okay. Okay. Knifed.